Also welches soll ich denn jetzt sagen? Das hier. Das hier. Chronograph. Das hier. Ja. Und... Und was ist, wenn du dann so ein bisschen aus dem Takt bist? Soll ich wieder reingrätschen? Ja, dann setzen wir wieder. Hier weiter machen. Und dann, wenn ich dann so mache, dann mache ich weiter. Okay. Dicke, du transformierst ein... Ah, erst so... Herrschwee... Statt ein Chronograph. So, und es geht... Du bist in ein Krankenwagen. Mit einer bedachlichen Krankenwagen. In ein Krankenwagen. Da fährt deine Tante mit dem Krankenwagen. So, alt, alt, guck mal. Mach doch nicht das wissen. Und auch nicht, du kannst ihn kennen. Aber ich kann ja nicht sagen, du kannst ihn nicht machen. Und auch nicht, du kannst ihn nicht machen. Vielen Dank.